Hallo und herzlich willkommen zu TV of the Lost aus Prato. Geil! Es ist nicht einfach mein Chinesisch, mein Italienisch ist ein wenig eingerostet. Sagt mir immer nie Roster, aber das passiert, ne? Aber es macht viele Spaß, wir sind unter den Leuten und wir haben eine ganz großartige Zeit. Hast du um 15.15 Uhr noch einen Friseurtermin frei? 15, 15.30 Uhr, ja. Ja, 15 bis 15.30 Uhr ungefähr so. Das dauert auch noch 5 Minuten. Ja, das wäre super. Treffen wir uns bei mir im Zimmer? Ja, ich versier dich. Es ist wieder ein Fest. Wir machen Musik. Yo, Italians! Moin! Das ist Herr Nick. Henrich! Nee, Herr Nick. Das ist Nick. Da, guck da. Das ist Nick. Und das ist Herr Nick. Aber, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich bin nie Klaas. Nee, ich bin Klaas. Weil ich bin ja nie Klaas. Deswegen ist er Klaas. Deswegen bin ich nie Klaas. Weil das ja Klaas. Weil das ja Klaas. Das ist eigentlich ein ganz schönes Wetter heute. Ja. Bitte. Ich bin ja Klaas. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du hast so zarte Haut. Echt? Ja, immer noch. Die ist einfach nur aufgedumpt vom ganzen Alkohol. Achso, das ist fett. Genau. Du hast so zarte Haut. Nee, das ist fett. Ach toll. Der Lüfter hat natürlich eine Umfallsicherung. Weißt du, ich dachte, wenn ich jetzt so und dann... Aus. Das wäre ganz geil. Haben wir ja alle. Ja, klar. Okay, der nicht. Ich glaube, das ist Changer war. Ja. Wir sind Maschine. Na dann gehen wir wohl mal runter, ey. Ich muss euch mal was erzählen. Geständnis. Pepe Quattro Canones. Wir bei TV of Lost, wir konstruieren jetzt Witze. Ich muss auch so wie so ein Assi-Hähnchen-Mann sein, oder? Ein halbes Hähnchen, bitte. Vorne oder hinten? Ein halbes Hähnchen.